Hey Leute, willkommen zu einem Video und zu einem Video zu Deutschrapzones im 3 Sekunden Erraten. Und ja, mit dabei wieder Marco und Nikas. Hallo. Ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Ja, sowas von verkacken. Aber Leute, das ist echt voll schwer damit zu raten. Ihr könnt es da selbst auch mal versuchen, sorry, falls irgendwas anderes sagen. Okay. Ich bin voll. Scheiße. Ich meine, Risiko, oder? Ja. Von Bones. Echt? Ich weiß nicht, wer das ist. Doch. Wir machen einfach für den Titel einen Punkt und für den Interpret. Sonst... Ja. Ja, dann beide einen Punkt. Mimo 17. Ist das... Ist das das? Ich hab schon. Nein. Scheiße. Ach was. Egal, das war trotzdem der einen Punkt. Nein. Nein. Ich hab noch nie gehört. Kein Plan. Nein. Ja, das war nicht UFO, oder? Nein. Oder? Nein. Keine Ahnung. Kann sein. Soll ich anwarten? Ja, sag mal. Oh nein! Ah, das ist UFO. Ja. Ja. Ach, das ist die Welt nicht gekommen. Also warte. Nein. 2, 1, 1. Okay. Ich sag mir gar nichts. Hä? Ne, ich kenn das nicht. Ich wüsste doch nicht, wer das gesungen haben kann. Ne, ich auch nicht. Weißt du irgendwas? Ne. Soll ich weiter anwarten? Ja, manchmal auch. Ja, ja. Ne, für den hab ich gar nicht. Wer ist denn das? Okay, ja. Aber. Ja, keine Ahnung. Hm. Soll man einfach einen Titel irgendwie raten? Ich sag einfach, most wanted us, kann das eigentlich nicht sein. Wollt ihr irgendwas sagen? Ich kenn keine Lieder von dem. Ich auch nicht. Was ist black? Und schiebt Welle wie Moses am Toten Meer. Denn wir wussten seit dem Wurzeln. Ja. Ich kenn das nicht. Ich kenn das ja auch nie nach Fail ist. Schau, lass das was. Oh, die Stimme sagt mir was. Ja, die kennt man so. Aber ich will jetzt nicht sagen. Warum wüsst ihr das? Du hast aber keinen Rap. Ja. Schau mal. Wenn ich das gleich höre, dann werde ich mich wieder ärgern. Ich seh's kommen. Also nein. Kein Wurst mehr. Soll ich auch machen? Ja. Sag, denkst du klein, bleib los auf. Heute bin ich einen Schritt voraus. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Ich hab mich gar nicht. Ich weiß auch deutschen Hip-Hop mit euren Hobo mit vernichten. Er hat mich gar nicht ganz ehrlich gesagt, oder? Ja. Aber ich kann mich auch nicht kennenlernen von Spongebob. Ich mag den auch nicht. Wenn ich ehrlich sein soll. Ist das Plankton Weed? Safe nicht. Ja, ich sag einfach mal. Soll ich einfach mal? Dann würd's eh nicht sein, aber. In ein paar Jahren könnt ihr mir ein Monument errichten, Gott um Vettel. Oder ich mach euch gerade eh nicht. Ja. Wie heißt der? Kontrakar. Ne, 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 ne. Mehrzeitjob. Heißt das? Mach ich mal grad bei dir allein, ne? Heißt das Lied so? Ja, eigentlich schon. Scheiße. Ich weiß. Ich weiß auch. Damals träumte ich von einem AMG. Heißt das AMG? Mhm. Warum nimmt man so schwierige Lieder und so drei Sekunden? Wie soll man das schaffen? Ich hab irgendwie... Ich will das mal nicht sagen. Warum? Das ist falsch. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Irgendwas Financialer oder wie das heißt. Weiß ich nicht. Irgendwie so... Keine Ah, aber es ist eh falsch. Und heute nennt mich meine Mama Delikanle. Ich bin Delikanle. Ich bin Delikanle. Ich bin Delikanle. Es ist nie gehört... Ich mein das Lied, aber ich weiß nicht von wem. Mhm. Wie heißt das Lied? Mhm. Standard. Fick dich! Ja! Oh mein Gott. Ah, danke fürs Vorsicht. Ja, von wem ist das denn nochmal? Ich hab keinen Plan. Tschüsses. 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 Ja. Ja, es steht da dabei. Das waren zu viele Leute. Ja, alles gut. Mach doch. Ist okay. Oh Mann, das ist so getrautig. Ja. Hm, Luciano. Ja. Weil ich kenn die Sänger halt nie. Ja. Sowieso oft gehört mittlerweile, ne? Ich liebe es. Kapitalistische Welt. Oh Mann! Ja, weil es zählt nur einer für mich. Es ist nur das ja schon. Ja. Ja. Gib mir Rotwein und Cola lala. Ich liebe es. Wenn wir uns schlapsen und im Club mit mir tanzen. Ich wurde geboren um Geld zu verdienen. Ah ja. Absolut. Keine Ahnung. Ich schau. Könnt lernen. Ich mach weiter. Oh, Jenny. Hast du da welche drauf bekommen? Wie steht's jetzt? Als ob ich gewonnen hab. Sicher? Ja. Ja. Oh. Ich bin der Letzter. Ich bin der Letzter der Welt. Echt? Du hast es richtig aufgeholt und es war auf einmal so BAM 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 so. Muss. Ja, auf jeden Fall Leute war es das mit dem Video. War mal ein anderes Video und sorry. Hatet uns bitte nicht, dass... manchmal... Einmal so einige Lieder nicht kannten oder da die große Scheiße gesagt hat. Das ist vor allem auch so, dass man so die Stimmen hört und denkt man... Ach, keine Ahnung. Ich find's voll schlimm die Stimmen immer so auseinander halten zu können. Ja. Und das war's mit dem Video. Ciao. Tao. Outro